Jo Leute, was geht ab? Wir waren am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr seht schon am Titel, heute gibt es mal ein kleines Best-Of aus dem gestrigen Rust-Team, beziehungsweise vorgestern, wenn ihr das jetzt seht. Falls ihr euch jetzt denkt, Bruder, was für ein Ding? Momentan gibt es auf Twitch oder auf YouTube generell live einfach ein riesengroßes Rust-Projekt. Rust ist quasi ein Game, so wie Minecraft für Erwachsene, also. Also es ist halt quasi auch so mit Craften und so ein Kram. Ihr müsst Bäume, Steine, alles abbauen, könnt daraus eine Base machen, Waffen machen. Nur, dass es da halt auch so Sachen gibt wie eine AK-Shotgun, Flammenwerfer und so ein Kram. Und ja, Leute, da sind auf jeden Fall schon die ein oder anderen echt spannenden Sachen passiert. Ich wollte zum Beispiel komplett random von Trimax gekillt. Holy Moly! Falls ihr euch jetzt fragt, wo hast du das denn gestreamt? Leute, ich bin einfach jetzt nagelneu auf Twitch. Ganz, ganz wichtig, Leute, Link in der Beschreibung. Schaut gerne bei meinem Twitch vorbei. Wir haben nach zwei Tagen einfach 20.000 Follower geknackt. Das wäre auf jeden Fall absolut Ehre, wenn wir da die 30.000 knacken können. Deswegen schaut rein, schallert ein Follower rein. Auch halt zukünftig für die Streamer-Raiden-Videos und sowas können wir das alles darüber machen. Deswegen, Leute, checkt den Twitch-Link ab. Abonnier jetzt. Los, Junge! Ich glaube, das ist der echter Wi-Fi-D. Alter, der bin ich. Was geht? Ja, wir laufen nur nach Hause. Warum? Oh mein Gott, der Wi-Fi. Nichts, alles gut. Ciao, schönen Tag, dir auch. Ja, also da sind gerade die anderen zwei. Ey, lass mal zu deren Base jetzt. Guck mal, ein Global-Chat. Der hat es sogar auszusehen reingeschrieben. Leute, wir müssen uns jetzt auf einen dicken Fight vorbereiten. So, Leute. So, Leute. So. Lol, das Pferd läuft die ganze Zeit weiter. Oha, was geht denn jetzt? Einer von uns hat anscheinend eine Heli. What? Ich würde sagen, Chat, habt ihr Bock, dass wir mal alleine losreiten und einfach mal so ein bisschen rumgucken, was noch so abgeht? Erst recht hier mit unserem Pferd, das hört eh nicht auf zu rennen. Ich bin jetzt einmal kurz weg. Ich bin einmal kurz mit dem Pferd unterwegs. Bis gleich, Jungs. Chat, wir gehen jetzt mal Review oder so suchen. Wir düsen einfach mal komplett irgendwo anders hin. Gönnt euch, Bruder. Die schmecken nicht. Wir gehen mal ein paar Basen besuchen und so einfach mal schauen. Hallo? Jungs, ist das schlecht. Was ist denn das? Davon muss ich ein Foto machen. Hä, was machen die denn? Hier kann ja jeder Dummi reingehen. Ich meine, das macht man natürlich nicht. Deswegen, wir klauen da auch nichts, Leute. Also, Real Talk. Wenn ich jetzt ein 31er wäre. Bruder. Ich hätte einfach die Schlafsäcke abgebaut. Hätte denen ihr Stuff gelootet. Ja, und dann wäre es das. Leute, hört bitte auf. Ja, Bruder. Hallo? Ey, dieses Game. Ich gehe ins Kotzen. Weißt du, man will auf Entspannen mit dem Pferd ein Ründchen gehen. Mann, Junge. Ach so, jetzt klappt es. Hüa, Bruder. Hüa. Ja, das Ding ist, Leute, gönnt euch. Wir haben eine AK am Start. Ich glaube, selbst zwei Leute können ich damit noch easy wegmachen. Wir haben gutes Equipment und so. Deswegen alles easy. Wir müssen mal Rewi finden. Ey, ich würde echt gerne Rewi finden. Ich sag's euch, wie es ist. Aber eigentlich... Oha, ist das da oben eine Base? Yes, mit dem Pferd. Hallo? 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 Ja, aber hier ist ja auch komplett lost. Also, wer baut denn hier, Alter? Hast du ja nichts? Ich glaube, da haben wir die Kamera rein, oder? Ja, es kann doch nicht sein, dass man hier auf keine Leute trifft und bei uns vor der Haustür sind 100 Leute, oder was? Kann doch nicht sein, Alter. Da hätte ich mit mehr Action gerechnet. Yes, Sir. Base. Base, base, base. Wir reden jetzt einfach mal mit. Okay, wir müssen gleich. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Ich habe random eure Base gefunden, was geht. Aber alles easy, ich mache nichts. Okay, bist du echt freundlich? Ja, safe. Mit wem bist du im Team? Äh, mit Stani, Papyrus, äh, Lofti, Icrymax und Schmocki. Ich hoffe, ihr radet uns erst mal noch nicht. Ne, 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 real talk. Ich bin gerade einfach nur ein bisschen rumgeritten und wollte Leute suchen. Einfach mal gucken, wer so wo wohnt. Easy. Hau rein, ciao, ciao. Das ist so gut. Sobald ich erwähne, so Memo-Standard-Skill, dann weiß eh jeder, welches Team wir sind. Digga, alle dreckt. Ja, wir wollen nicht geradet werden. Was ging hier ab? Eine Raketenstation haben wir gefunden. Loll. Oha, was geht denn hier? Alter, das sieht übel krass aus, ne? Es sieht übelst krass aus. Wir gehen mal näher an die Rakete ran. Da fährt gerade nicht ein Panzer, oder? Hallo? Was fährt? Äh, ich, ihr Weif. Ich bin oben. Was geht ab? Was geht? Hä, was macht ihr hier? Lass mal irgendwie einen Auftragskill auf Revi starten. Boah, da wäre ich direkt am Start. Ja, Chef Strom ist hier gestorben, Revi ist hier gestorben. Was geht? Hä, was macht ihr hier? Boah, da wäre ich direkt am Start. Holy Moly. Durch den Schädel. Insane. Was? Das war ein Fehler. Trimax. Trimax killt mich. Random. Das, das war ein Fehler. Die werden alles verlieren. Alles verlieren. Egal was. Alles, was sie haben, werden sie verlieren. Ihr werdet sehen. Er hatte eine AK, Full Equip, alles. Er hatte nur Pfeil und Bogen. Ich bin der Beste. Von hinten. Zack, kam aus der Stirn wieder raus. Ein Schuss, eine Leiche. Ultra cleaner Headshot, maximal aufgeladen. Es gibt nichts, was einen vollgespannten Hunting-Bogen aufhalten kann. Kein Raketenwerfer. Ein gut platzierter Pfeil mit 300 kmh. Mit einer Metallspitze durch den Schädel. Ich bin ehrlich, ich würde lieber von einer Barrett-Kaliber 50 gekillt werden, als von einem F***ing Pfeil. Ich werde denen alles nehmen. Alles. Das gibt Krieg. Wer ist hier? Hallo? Moin. Was macht ihr hier? Bitte nicht abschießen. Wir suchen nach Leuten. Beziehungsweise nach Stuff. Nach Loot. Hey, wofür? Wollt ihr Leute killen, oder was? Nee, nee, nee. Wir suchen hier einfach nur. Okay. Dann viel Spaß. Ja, Leute, Realtalk. Das wird böse Enden. Wir holen alles. Feuermunition, egal was. Feuermunition, Raketenwerfer. Wir bomben deren komplette Base weg. Und dann will ich mal sehen, wer im Nachhinein rumheult. Also, wenn Trimex meint, Krieg anfangen zu müssen. Ja, gut. Dann können wir das machen. Auf Ansage, deren Team verliert alles. Und auf Ansage, die werden sich danach überlegen, ob sie noch weiter Rust spielen. Lukas, was passiert? Erzähl. Ja, nix. Ich hab mich mit denen unterhalten und mit dem ganzen Team. Und auf einmal gibt mir Trimex komplett random einen Headshot. Bro, ich sag dir, wie es ist. Entweder gibt er das zurück, die AK. Ja. Oder wir gehen rein und holen uns, die AK. Das war irgendwo da oben. Da sind ganz viele Base. Wir checken einfach mal ab. Ich bin mit dem Pferd random überall durch und hab verschiedene Base. Ich hab auch mit vielen Leuten geredet. Ich hab einmal auch Petrit, beziehungsweise das Team von denen getroffen. Keiner hat mir was gemacht. Und dann hab ich endlich Trimex gefunden. Ich war ja eigentlich auf der Suche nach Revue. Auf einmal gibt der Veneta. Lass erst mal in deren Base und die komplett jubsen. Du musst sie doch nicht gleich killen. Aber sowas, sonst werde ich die gleich killen. Der Weif ist bei uns an. Der Weif ist bei uns. Der Weif ist bei uns. Wirklich? Der Weif ist bei uns. Ja, schreibt der Peter gerade. Okay, dann müssen wir rüber. Oder die kommen zu uns. Also die sind irgendwo hier zwischen. Dann lass unsere Base, lass unsere Base, oder? Oder was? Boom! Was ist los? Digga! Guck mal. Ich lauf da vorbei, da kommt Lost. Ich sag, yo, was geht? Der so, yo, was geht? Geht weiter. Ich verstecke mich im Busch. Auf einmal rennen Revi Trimax an mir vorbei. Die hat gerade Bescheid gesagt. Die sind hier. Die sind schon hier. Ach lol, da ist einer. Und hin da. Fabo, wenn du herkommst, killen wir dich nicht. Versprochen. Ja, hier. Hallo, 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 hier. Komm mal her. Trimax, komm mal her oder ich kille dich. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Was ist eine Falle? Dass ich dir gleich einen Headshot gebe. Was war das? Warum killst du mich einfach? Wieso kamst du in das Gebiet rein? Ich wollte nur hallo sagen. Ich hab die ganze Zeit Revi gesucht. Drop mal die AK. Drop mal die AK. Wir nehmen alles, was ihr habt. Drop mal die AK. Wir können uns jetzt hier friedlich klären. Äh, ja. Ich hab... Ja. Wir haben jetzt hier friedlich AK geklaut. Also, ich bin einfach... Ich hab... Ich bin einfach rumgeritten. Dann hab ich die Jungs getroffen. Hab Fabo, hallo gesagt. Und werd gekillt. Einfach random gekillt. Ohne irgendein... Einfach gekillt. Wir können dir die AK wiedergeben. Dann hab ich die Jungs getroffen. Hab Fabo, hallo gesagt. Und werd gekillt. Einfach random gekillt. Ohne irgendein... Einfach gekillt. So dumm, Leute. Oh, mein Fehler. Ich hab das Feuer eröffnet. Warum hab ich ihm nicht einen Headshot gegeben? Ich versteh's nicht. Warum will ich immer alles friedlich klären? Eure AKs schmecken. Oh, Bruder. Die werden jetzt... Danke. Farm war echt anstrengend. Danke. Ich schwöre, ich liebe es, ne? Ich hab so hart Bock. Es macht mir so viel Spaß. Wann hatte ich das letzte Mal so viel Spaß beim Projekt? Das ist wirklich Wahnsinn. Ich mein, Craft Detect fühle ich auch ganz anders. Sag ich euch, wie es ist. Aber das, was hier gerade abgeht... Bruder. Das fühle ich. Das fühle ich, Leute. Das wird... Also, wenn wir jetzt den Kampf gewinnen, das wird ganz krank. Passt ein bisschen auf wegen Kaktus. Ich sch*** diese Kakteen, Mann. Der ist so tilted, Leute. Das ist nicht mehr normal. Warum ist es mir kalt? Hier ist es doch gar nicht so kalt. Kann einer von euch eine Taschenlampe machen für mich? Na, Sepp hat wieder zwei, wie ich gerade im Shant lebe. Peter! Hier schießt jemand auf mich mit Pfeilen. Hier, Metagaming. Freunde. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Oh, lol. Einer hat unsere Base gestürmt gerade. Der ist oben drauf gewesen. Ja, aber da sind noch mehr. Ey, sind da draußen Leute, die vielleicht mit uns reden wollen? Ja. Hallo? Ja, ich versuche mit denen zu reden, Paul. Jetzt weine mal nicht so rum. Zeig mal Stärke. Was willst du denn noch reden? Ja, man kann ja noch weiterreden. Hallo? Ihr habt auch gerade echt gut mit uns geredet. Hey, 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 ja. Wir wurden... Server wieder weg. Ey, das kann nicht sein, Leute. Ey, immer in den spannenden Momenten. Wir wollen eben den ihr Team komplett hopsen. Arma und so. Server down. Das war's für heute mit Rust, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich übertrieben... Ey, was laber ich da? Ihr könnt in Twitch keinen Daumen nach oben da lassen. Aber lasst gerne einen Follower da, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns morgen beim nächsten Stream. Wenn nicht Rust, dann Craft Attack oder so. Aber werden wir noch sehen, Leute. Vielen, vielen Dank an alle, die am Start waren. Ich küsse auf jeden Fall alle eure Augenbräuner oder wie es rummer heißt. Danke. Ciao, bis morgen. Da fährt der Drogendealer!